Ich heiße Zoe Karpasser und schicke den Reporter heute auf Expedition Deutschland nach Mecklenburg-Vorpommern. Und zwar genau nach... Neukloster. Na, da ist der Finger ja heute nur knapp neben der A20 gelandet. In die Richtung geht's nach Lübeck, in die Richtung geht's nach Rostock. Und wir sind mittendrin. Mal schauen, wo uns die Reise heute hinführt. Gleich auf den ersten Metern ein Radfahrer, der gegen den strammen Windhäute ankämpft. Wohin er wohl will? Ich arbeite im Tierheim im Dorf Mecklenburg und muss Medikamente hier zu holen. Und für kranke Tiere? Ja. Welche Medikamente sind das? Arthrosemittel etc. Ich hab auch keine Zeit. Tut mir leid. Wir können auch nicht mitkommen? Nein. Okay. Danke. Gute Weiterfahrt. Danke. Tschüss. Schade. Eine Expedition ins Tierheim wäre sicher spannend geworden.